Hallo Bayern München Fans! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, euch für den Kanal anzumelden, einen Daumen hoch zu geben und das Video bis zum Ende anzusehen. Denn wir haben viele wichtige Informationen mit euch zu teilen. Thomas Müller, einer der erfahrenen Stürmer der Bundesliga, steht vor Unsicherheiten bezüglich seiner Zukunft beim FC Bayern München. Da sein Vertrag kurz vor dem Auslaufen steht, kursieren viele Gerüchte über mögliche Transfers zu anderen Vereinen. Einschließlich Manchester United. Thomas Müller hat seine gesamte Profikarriere beim FC Bayern München verbracht und war über die Jahre hinweg ein Schlüsselspieler für den Verein. In letzter Zeit jedoch hat er mit einem Mangel an Spielzeit zu kämpfen, was Fragen nach seiner Rolle im Team aufwirft. Mit der Möglichkeit, seinen Vertrag beim FC Bayern München nicht zu verlängern, wird über Thomas Müller als mögliche Verstärkung für Manchester United spekuliert. Der englische Verein soll daran interessiert sein, den Stürmer zu holen, um den Kader zu stärken. Angesichts so vieler Unsicherheiten über seine Zukunft sind die Bayern München-Fans gespannt darauf, wie diese Geschichte enden wird. Die Möglichkeit, Thomas Müller in einem anderen Trikot zu sehen, bewegt die Emotionen aller. Zusammengefasst erzeugt die Situation von Thomas Müller beim FC Bayern München viel Spekulation und Erwartung. Die Fans sind gespannt darauf zu erfahren, wie diese Geschichte ausgeht und wie der Verein mit der Möglichkeit umgehen wird, einen seiner ikonischen Spieler zu verlieren. Bleibt dran für weitere Updates zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal!